Der Kampf geht weiter. Rhylostras möchte, dass ihr Belgaristras und seine Gefährten aus dem Onculus befreit. Ausnahmsweise. Macht er sich so wichtig? Ich bin Hank. Scheiß Parallelie. Kriegt man hier drinnen die Quests gar nicht? Achso, die haben wir bekommen, weil wir hier reingegangen sind. Die hat keiner geteilt, oder? Verstehe. Wohin nicht geteilt. Die Immi hat sie geteilt. Jetzt das ist Moses, sie teilt. Moses war echt ein Sozialer. Er hat der ganzen Welt gezeigt, wie man teilt. Kraken schultern. Releise the Kraken. Erinnere mich immer wieder gerne an die Diskussion, ob es der Krake oder, äh, der Krake oder die Krake ist. Von, äh, von, äh, hier, Flucht der Karibik. Taronia. Ein Bouquet-Ring. Ein Bouquet-Ring. Feines Bouquet. Hat die Nade. Ich habe übrigens jetzt auch die, äh, neuen Back-Sorten hier. Hast du alle gekostet, oder nur das eine? Nee, nur die eine. Welche hattest du? Pale Ale? Hatte ich das schon? Nee, ich glaube, ich, äh, das Pale Ale hatte ich, das ein Teil noch nicht hatte. Aber ich muss sagen, also, dieses 18-100-Schieß-Micht-Tot war jetzt nichts für Sonne. Das Ember-Lager war ganz lecker, aber ich muss sagen, ich hatte den ganzen Tag dann so einen Nachgeschmack gefunden. War echt nicht cool. Vielleicht kann ich jetzt meine Heizkette anlegen. Dracos! Halt dein, äh, was war denn der Tankbrach? Der Rote, ne? Der Krieg. Der Krieg. Lauf aber halt nicht weg. Eternos, zeitlose Perlen. So, Belgaristras. Ne, der Tankbrach. Einte Front. Belgaristras möchte, dass er 10-Zentrifugien-Konstrukte zerstört, um Varus-Schütze beseitigen. Danach müsst ihr Varus-Wolkenwanderer mitbringen. Ich bin Kommandant Varus-Wolkenwanderer. Hallo? Meine Drachen kontrollieren den Himmel und schützen diese Energie. Ich muss den grünen Drachen nehmen, oder? Ich persönlich werde dafür sorgen, dass das Oculus euch nicht in die Hände fällt. Die haben sie anscheinend nicht. Check what? Und da hat einer schon noch einen grünen genommen, das war intelligent. Oh Gott, das wird witzig mit einer Newbie-Gruppe. Was ist denn der andere? Der letzte? Der schafft es gar nicht, einen Drachen zu nehmen, oder was? Hat es geschafft? Ah, hat es geschafft. Und da hat es geschafft. Immerhin hat es nur einer verkackt. Also alle da? Einer fehlt, oder? Drei, vier, fünf, ne, Alter. Okay. Ich holte die überhaupt zusammen, irgendwie habe ich das Gefühl, das war total falsch. Aber egal. Wo geht es denn? Wo ist denn da der Anfang? Ach, da. Oh, ich werde angehört. Jetzt greift mich hier so ein Drache an. Die machen ganz schön Aua. Können Sie mal weglesen? Jetzt steigen alle ab, das wäre intelligent. Dann stecke ich wieder auf. Also Okulus war früher schon scheiße, da gebe ich dir recht. Aber mit Leuten, die gar keinen Plan haben, ist Okulus echt nicht cooler geworden. Das ist ja nicht so, als würden die Leute da nicht sagen, was für einen Drachen du zu nehmen hast. Oh, hier mal mit den Schneeflocken. Das war so süß. Schneeflocken, die nichts aushalten. Hm. Oh shit. Warte, schon wieder Parler-Kram. Langsam reicht es. Ach, ich habe ja so einen neuen Ring. Oh, tatsächlich hat sogar der Parler-Kram hat mich verpeilt, um den Ding nachzunehmen. Oh, tatsächlich hat sogar der Parler-Kram hat mich verpeilt, um den Ding nachzunehmen. So wie es jeder Nicht-Heil-Parladin ist. Können ja alle so ein bisschen mehr schlechter als recht heilen. Dieser Zauber ist noch nicht verhandelt. Oh, der Endbus wird witzig mit der Truppe. Ich hoffe, der ist auch zu zweit machbar. Weißt du, was ich lange nicht mehr gesagt habe? Was? Ist dir das aufgefallen, dass er irgendwie die ganze Zeit so einen ganz normalen monotonen Satz gesagt hat, aber immer wenn sein Name vorkam, hat er den geschrieben. Das ist ein Sound aus, ich habe es nicht gehört. Ach so. Er hat ja den Sound aus. Sound immer konsequent auf 10%. Ich habe es nicht gelöst. Macht es nicht einfach. Oh, konzentriere ich mich eigentlich so. Das ist voll die Lachen immer hier. Musste ich nicht früher mal Combo-Punkte und so Mist aufbauen? Oder war das ja DD-Drache? Schön, dass alle pullen und nichts killen. Konnte der was? Ich erinnere mich nicht an ihn. Der lasert ganz schön. Wer ist er, der Michael? Ach, hier, komm weg. ein Ring-Hauptmann Feinte Front Magier-Lord-Urom Spelgeritz hat möchte, dass ihr Magier-Lord-Urom im Umfeld besiegt Geht unser Flugmontier? Ich bezahle, dass es hier fliegen kann War der hier? Oder war der weiter unten? Unten der Typ Der war doch immer hier Hier oben, hier ist er Wo bist du? Ach ja, stimmt Wir müssen den ja erst mal vertreiben Da war ja was Das ist zu weit Was haben wir hier? Der Wolf ist vorbei dort Also, ich kann es kaum fassen Dieser Wolf ist wirklich unwirklich Ha! Das ist echt ein Unding Doch die noch looten Darf ich sie looten während sie bluten? Ich bin außer Reichweite Ich... Lasor ihn weg Boah! Er ist hier jetzt die Neutralen Nietzsche OP Ähhh Und derpy Auch schon wesentlich bessere Taschen als mein Dicker. Dann gucken wir, wie er in den Boss reinrast. Okay, also fliegen alle eine Kurz. Soll der vielleicht in eure Richtung gehen lassen? Egal, wir machen genug Schaden. Ey, überlebt der nicht mal eine Phase oder was? Wow! Beyerdoth-Urom. Schlacht in den Wolken. Belgeristras möchte, dass ihr Eregos irgendwo besichtet wird. So wie ist der. Eragon! Eure Niederlage wird vernichtend sein. Wer wäre denn denn für Welpen? Alle da? Ich mach meine 3. Okay. So, und hier sieht man schon das Problem. Die Zeitdingels. Ey, ist der auch gleich tot? Wow! Mit der Truppe hätten wir den auch früher nie geschafft. Das war hier jetzt noch schon. Ach, ihr mögt diesen Kampf gewonnen haben. Doch wir, gewinnen. Mit den Nexus-Krieg. Den nicht durch Krieg. Boycrap. Neat. Ich hätte gerne meinen Loot. Danke. Ah, kann ich ja noch gar nicht anziehen. So. Ich muss verkaufen. Ich muss verkaufen. Ich muss verkaufen. Puh.